Einen wunderschönen guten Tag und dazu kommen wir zu einem weiteren Let's Play von mir. Ja, wir befinden uns gerade in der E8, die ich im Livestream ja gebaut habe. Und wir haben dann hier einmal zwei Sims. Das ist einmal der Justin Reich und die Kati Reich, also mit Familie Reich. Und ja, ich bin ja schon im Let's Play, also im Livestream gesehen habe ich hier die Yacht ein bisschen gebaut, hier auf der Jadibar mit Stühle und auf dem Geschenk. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich bin ja schon mal an, ich bin ja schon mal an, ich bin ja schon mal an. Hm, Golvaja. Ja, gut, das ist dann gleich mal. Wahnsinn, ja. Ja. Also, wir haben die Yacht gebaut. Ich muss sagen, es ist mir gut gelungen. Halt, mit dem Wasser ist es nicht so, aber ich weiß, wie ich es besser machen kann. Deswegen gehen wir dann auch ein paar andere Baufolgen. Hier oben ist es YouTuber-Dorf. Oh, ihr sollt euch nicht unterhalten, ihr sollt essen. So, einige Leute sind vorbeigekommen, um dich in der Nachbarschaft willkommen zu essen. Wer möchte mich denn besuchen kommen? Also besitze ich hier niemanden, ne? Ja, also hier stehen gegrillt, hier die Bar habe ich ein bisschen Bauteilung gestellt. Und wer, ach, der liebe Daniel und die Zocker-Mimmi und ich. Mein Ich betritt eine Yacht. Ja, okay. Okay, äh, 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 ja, gut, dann, huch. Kati, du kannst, äh, dich mal hier freundlich vorstellen. Äh, alle begrüßen. Du brauchst nicht trainieren, hör auf. Begrüß, begrüß mich. Hier bin ich, hier ist die Zocker-Mimmi. Bleib doch mal stehen. Naja, das bin billig. Ah, es ruckelt ein bisschen. So schlägt er das Paket eigentlich um. Ja, er geht einfach mal rein. Wo bist du jetzt eigentlich? Okay, du möchtest das auspacken. Dann kannst du dich jetzt auch mal. Ja. Äh, wo ist er denn jetzt? Ach, geh doch da runter, wenn er... Ach, er spielt, okay. Kannst du dich? Hallo. Bleib hier. Ähm, nein, ähm. Okay. Warum spielt ihr jetzt eigentlich alle drei? Äh, du sollst nicht mit ihr flirten? Äh, okay. Mit Fitness losspielen. Äh, ähm. Äh, äh, wo ist denn hier der Daniel? Läuft er hier irgendwo rum? Sieht ihn jemand? Äh, solltest du das eigentlich nicht gerade die Reste weglegen? So. Guck mal, wo der Daniel pfeift. Hm? Was ist denn? Oh, ist das Lecky hier wieder? Hm? Huch. So. Muss ich mal gucken, wo der Daniel ist. War er doch gerade noch hier? Ja, da ist er doch. Was machst du in deiner Kabine, Alter? Hm, wenn du mir unterhalten? Hm, nein. So, kannst du hier mal trainieren? Wer ist das? Stopp! Sagst du, wer bist du? Komm, Mai, Dennis. Ja. Cool. Also hier ist ein Billardtisch. Ich glaube, ich muss die Kabine hier mal abschließen. Okay. Warte. Wieso sind die Wände überhaupt nicht genau so? Ach, du machst das Bett? Hier ist ein Tresor. Was kann man denn da machen? Betrachten. Okay. Wo ist denn? Ja, sie schläft sich. Ähm. So. Du hast Hunger. Kannst du? Nee, nicht du. Mehr. Oh, Hunger. Was machst du? Sauber machen, ne? Ja. Säubern. Gut, Rada. Oh. Ähm. Ähm. Multipress. Okay. Wolltest du machen? Du möchtest Kuscheln. Also hier oben ist dann halt der Salon mit der kleinen Galley-Küche und so. Okay. 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 Ich muss jetzt hier oben suchen. Ich muss jetzt nur Haushaltsfluss essen, dass keiner anderen halt reinkommt. Kannst du Reste essen, Essensvorräte prüfen, mit Flaschenjong in Gold, Süßigkeiten, Essensnack, wo sind die Reste, Süßigkeiten, Essensvorräte prüfen. Das ist ja mal wieder typisch Florian, einfach mal im Fernsehen gucken, in einem fremden Haus. So, ja, ich würde mal sagen, kurz jetzt mal raus, ne? Oh, da kann man duschen. Die Beine machten sich auch super. Kannst du immer zu, kannst du hier oben. Ähm, Reste vorbeider prüfen, grillen. Komm, wir können's mal grillen. Hot Ox. Okay, Kati macht's was zu essen. Plaudern, ja okay, plaudern mal mit mir. Ähm, kannst du gleich mal dir einen Job suchen? Äh, ja. So. Ähm. Ähm. So, du bist gerade auf Klo, da komm ich. Ist dann der Mix einzuling, oder? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. So. So. Du solltest dir was zu essen holen, du komischer Junge, du. Oder hast du schon gegrillt? Ja, ich sehe aber keine Hot Dogs hier. Oder steht der Grill wieder falsch? Oh, Junge. Ja. Der Grill steht eigentlich so, wie ich ihn habe. Grillen. Hot Dogs. Gegrillte Sevian. Zu Abendessen, okay. Okay. Ich will nochmal. 17,55. Buch. Ähm. Warte. Achso, okay. Äh. Stellen. Meeresforschung. Ja, nehmen wir das. Man muss zusammen arbeiten. Oh. Oh. Nehmen wir nach um 4 Uhr. Was haben dann? Kannst du mal auf Frühchen gehen? Ja. Kannst du schlafen? Stab anzug. Und mein lieber Justin, du kannst mal die Gäste alle mal nach Hause schicken. Oh, ich kann nicht gehen. Aber. Oh. Kannst du mal bitte ausschalten? Das nervt. Hä? Essen. Okay. Typisch. Es sitzt keiner da. Oh. 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 Ich werde das nicht wieder los mit der Tock haben. Oh. Oh. Äh. Oh. 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 So. Einschalten. Alle. Ah, sie macht Ballett. und auf Wiedersehen beehren sie uns doch mal bald wieder so, du kannst du auch bitte mal schlafen gehen schlafen, ist aber nicht so du brauchst kein Ballett, hör mal, mein Freund also ist richtig buggy gerade, aber egal ach, ich hab auch schon mal die Wände soweit alles gestrichen wir haben ja ein Telefon oh, ihr Bein seid schon am Schlafen ja, so eine Zeit ja, stopp, 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 stopp und brauchen wir mal ein Telefon eigentlich gar nicht, weil da Fenster ist warum geht eigentlich da? da läuft ja der Baum ach, wenn da ein Bild hängt da läuft ja die Couch ach, da machen wir halt da hin äh, ich zieh da mal eben einen kleinen Zaun drüber sonst sieht halt nicht gerade so schön aus ja, aber nicht den oder noch kurz drehen äh, aber dazu sieht auch klasse aus ich kann nicht auf anhandeln oooh ich kann hier Fett ja nicht ausblenden Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So. Oh. Ich vielleicht nochmal. So. Aber jetzt sieht wie lecky das gerade ist. Mein Gott. Das liegt mal flüssiger. So. Lass uns dazu da stehen bleiben. Das hier sieht zwar ein bisschen doof aus, aber reicht. So. Du hast keine Arbeit gerade, ne? Dann kannst du dir gleich Arbeit suchen in deinem Büro. So. So. We need to start your mind. Okay. We need to start. Okay. 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 Aua. So. Können sie das eigentlich nur wegräumen hier? Aufräumen. Wo ist der PC hier? Ja. Roman zu schreiben. Freut man Roman. Roman. Ach, er ist auch wach. Weißt du? Ach so, du gehst nach oben. Okay. Komme ich doch gleich mal mit. Du sollst einen Roman schreiben. Okay, Tanz-Aerobeck-Lehrer. Weitersuchen. Ähm. Weitersuchen. Ähm, was sagt die Uhr? Brauchen wir ein bisschen. Ähm. Medizin. Ja, weitersuchen. Ich hab noch einen. Da Wirtschaft. Ne. Er muss mit der Nacht arbeiten, ne. Da Sportlehrer. Sport und Maskottchen. Job annehmen. So. Du hast Hunger, ne? Kannst du noch um... Einmal abends... Huch. Was ist das denn? Roma, ach so. Um was geht es denn? Um einen Millionär? Um Geld? Um ein Privatjet. Aber noch. Um eine Luxusjacht. Und um ein Privatjet. Äh. Eine reiche Familie besitzt eine Jacht und ein Privatjet. Sie wollen ein Baby haben. Und... in den Skiurlaub fahren. Ja. Ja. Nimm mal das. Gott. Abendessen. Abendessen. Nur mit Käse. Danach kannst du auf Toilette. Pass her, mach ich ein bisschen schneller sein. Oh. Warum liegt er da? Da soll ich natürlich mal... eigentlich... Kati wegholen. Die Frage und Weise, für Kati fährt er nicht weiter. Okay. Dann ist er zu. Aber muss er nicht arbeiten? Ach, von 15 bis... 21 Uhr. Okay. Lass die Küche bloß nicht anbrennen. Ein bisschen Freisheidspaß. Schnappschuss werden in der... Okay. Oh... 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 Was ist denn im Laptop? Halt... Oh... Okay... Essen... Aber ich geh mal ein bisschen schneller. Aber ich geh auf die Fahrgemeinschaft für Kati kommt ja gleich. Da ist sie auch schon. zur Arbeit gehen. Was ist das überhaupt für eine Hitsche? Ach... Schon wieder diese alte Schrottkarre hier, ey. Jaja, ich komm ja schon. Keine Angst. Kati schon unterwegs. Oder auch nicht. So. Boah... So. Willst du bitte arbeiten? Ah, wie lecker aber. So. So. Bloß heranbrennen. Mein Gott. So. Geh auf die Toilette. Feinstruf. Duschen. Und danach... Spaß. Spaß. Was kann mir dann an Spaß machen? Hm. Da kannst du Fernsehgucken. Trainieren. Rumbasteln. Film ansehen. Na gut. Filmchen an. So. Natürlich fragen wir jetzt noch bis Kati zu Hause ist. Und dann... Ja. Ähm. Wenn ihr mehr Baufolgen seht, oder so... Let's Bild. Ist hier oben rechts. Ähm. Ist eine Umfrage? Ja oder nein? Wäre cool. Es sind doch einfach gerne ab, ob... Ja oder nein. Ähm. Dann könnte ich das machen, ne? So. Äh. Katis Arbeit, ne? Dann brauchst du ja eigentlich. Danach hat's... Äh. Oh. Oha. Bis 11 Uhr. Ja. Ja, das ist ja nicht schlau. Also du bist du. Jetzt kannst du ja noch Fernsehgucken. Läuft. Läuft. Mal. Ja. Ja. Mal. Hör auf! Kannste gleich. Ähm, mach mal Service. Du bist eine Reiche, also brauchst du eine Putzfrau. Äh, Barkeeper, Gärtner, Handwerker, Hausmädchen, Kindermädchen. Wir rufen mal ein Hausmädchen an. Die kann dann für uns den Dreck nicht machen. Reiche Leute sind eitel. Äh, warum muss das ausgerechnet der denn? Ja, egal. Warum kommt jemand? Achso, warum kommt jemand? Kannst du jetzt einfach, ob jemand... ...was zu ersuchen. Nein. Ich lebe es mit mir schnell, also. Nein. Sitzen, ja. I will. Aber ich bin jetzt noch ein bisschen zu. Oooo. Ich bin jetzt noch ein bisschen. Ich bin jetzt wieder kurz, aber ich bin jetzt wieder so ein. Boah, Fischer kaufen oder Kunstköder. Wir nehmen einfach die Kunstköder. Wow, gut. Du sollst eigentlich... ...womber entscheiden. Okay, dann... ...kannst du... ...anrufen. Sim. Ruf mal ein Sim, mein Freund. Oh. Äh... ...Youtuberdorf. Genau, ruf mich an. Ja, ruf mal mit. Fitnessloh ist bei der Arbeit. Oh. Ja, dann geh du runter zu Ballett. Könnte es eigentlich... Frühstück... ...gefühl... ...kannst du mal Müslig essen. So. Wir werden mit der Familie auch ähm... ...also mit... ...Justin und Carty... ...ein oder mehrere Kinder bekommen. Oh, Glacava. Und... ...haut... ...haut... ...ähm... ...ja. Wir haben noch... ...hundertfünftausend Simonions. Kurz essen... ...und warten... ...kannst du noch mal ein und bisschen schneller. Da dauert das... ...etwas... ...zu lange. Noch mal kurz auf der Tor noch schnell. So, wer geht's gerade hier ein, das Hangout für die, okay. Äh, komm, du benutzen, duschen, danach. Ich will schon wieder irgendwo fliehen, aber da ist noch mehr. Was möchte Justin noch, wenn er wieder Ballett tanzt. Wer möchte, Bett machen, ja, wenn es einer, der bei dem Haushalt tut, nicht immer nur die Frau. Auch wir Männer müssen mal bei dem Haushalt tun, ha. Egal. So, dann warte ich jetzt halt noch bis gerade, die kommt. Okay, du möchtest wieder Sport treiben, kannst von mir aus machen. Zur Arbeit gehen. Gott. Eine Skulptur im Mindestpreis von 1500 Euro kaufen, okay. Ähm, ne, machen wir das. Kaufen wir denen jetzt mal eine Skulptur. Aber was denn für eine kostet die? 100, äh, muss schon mal teurer sein. 70. 5000. Ja, kaufen wir sie doch. Ach, so ne Büste ist das. Wo stellen wir sie denn hin? Irgendwann. Oh, ich muss mal eben kurz ein bisschen rauszoomen. Oh, ich muss mal eben kurz ein bisschen rauszoomen. Eine Stereoanlage kaufen. Ach, da kommt unsere Putze. Ich hab noch ne Anlage, oder bin ich doof? Oh, ne, haben wir nicht. So, da kommt eben ne Anlage. Eine Stereoanlage. Oh, nein. Hm. So. So. Dann war's dann auch. Und eine Mikroquellofen kaufen. Ein Gerät. Oh, ne, okay. Oh, ne, okay. Die Post da. Ja. Hör auf. Post holen. Ja, kannst du schlafen. Total liggi hier gerade. Aber macht nix. Ich hab gesagt, wir warten noch, bis Kati kommt. Äh. Da wird die Folge mal ein bisschen länger. Aber egal. Ah. Ah, da kommt sie ja auch schon. So, meine Lieben, ich hab ja gesagt, wir warten noch bis Kati kommt. So, meine Lieben, ich würde sagen, das war's von diesem Let's Play. Wie schon gesagt, oben reicht es irgendwo mit dem Let's Play die Umfrage. Wegen Let's Bild. Können wir gerne machen. Dann zeig ich euch, wie man so eine Yacht mit Wasser baut. Und ich weiß nämlich jetzt mittlerweile auch, wie's geht. Und ja, ich würde sagen, das war's bis zum nächsten Let's Play. Bis dann. Euer Flo. Tschüss, tschüss.